10 nach 12, willkommen zur Drehschabe, liebe Zuschauer. Ein Schwertransporter steht am Abend mit seinem Begleitfahrzeug an der Einfahrt zu einem Autobahnparkplatz auf der A6 bei Heilbronn, als es passiert. Ein Pkw rast ungebremst in den Begleitwagen. Beide Fahrzeuge gehen in Flammen auf. Zwei Menschen sterben. Mehr als 40-mal hat der Täter bereits zugeschlagen. Im sächsischen Delitz streibt ein Reifenstecher sein Unwesen. Seit Weihnachten geht das jetzt schon so. Und jetzt hat sich der Unbekannte an den nächsten Reifen ausgetobt. Gleich 11 Autos wurden plattgemacht. Wohl wahr. Und es gibt Kriminelle, die geben sich nicht mit kaputten Reifen zufrieden. Sie wollen nämlich Beute machen, und zwar so richtig. Eine Handvoll schwer bewaffneter Gangster hat jetzt am Abend im Pariser Nobelhotel Ritz mit einem Millionenraub für Schlagzeilen gesorgt. Auf edlen Schmuck haben es die Täter abgesehen. Da werden doch gleich Erinnerungen an ähnlich spektakuläre Raubzüge in Deutschland wach. Die Polizisten auf der A4 bei Bautzen, die staunen nicht schlecht, als ihnen mehrere Schwerlasttransporter entgegenkommen. Die Ladung tonnenschwere US-Panzer, die nicht nur zu breit für die Straße, sondern auch noch bis zu 16 Tonnen überladen sind. Da drückt die Polizei kein Auge mehr zu. Der Werkzeughandel Kufus in Dessau ist bekannt für seine große Auswahl an Profi-Baumaschinen. Doch das Sortiment ist nicht nur bei der zahlenden Kundschaft beliebt, sondern auch bei Einbrechern. Selbst von Überwachungskameras lassen sich die Täter nicht abschrecken. Kürzlich wurde dort wieder eingebrochen, und die Diebe, die wirkten, eigentlich äußerst entspannt. Mit viel Seeluft und maritimen Flair wirbt Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel im Internet. Von einem Luftkurort ist die Stadt an der Förde allerdings weit entfernt. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe liegt Kiel auf Platz 4 der deutschen Städte mit der schmutzigsten Luft. Älteren Dieselfahrzeugen droht deshalb jetzt ein Fahrverbot. Ein tosender Sturm, brennende Holzplanken, glühende Schuhsohlen. Als vor 20 Jahren auf dem Frachter Pallas in der Nordsee ein Feuer ausbricht und der ausgelaufene Ölteppich dann droht, die Insel Amrum und das ganze Wattenmeer zu gefährden, haben wir dem Unglück in der Drehscheibe eine ganze Sendung gewidmet. Zu unserem 20-jährigen Sendejubiläum ist mein Kollege Henna Hebestreit für uns nochmal mit einem Dampfer zum Schiffswrack rausgefahren. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer, hinter mir. So kann das ausschauen, wenn man im Zoo Inventur macht. Das machen übrigens alle Tierparks auf der ganzen Welt. Auch natürlich die Tierpfleger im Zoo in Bremerhaven. Da haben wir jedes Jahr wieder gezählt und gewogen und gemessen, was das Zeug hält. Renate Lea, die hatte viel Zeit, sich mit dem ungewöhnlichen Hobby ihres Mannes Roland anzufreunden. Welches das ist, hat unsere Reporterin Isabel Schäfers zufällig auf ihrer Expedition Deutschland erfahren. Diese Zuschauerin hier, Amila Mermedi, schickt sie nämlich nach Sachsen-Anhalt. Und zwar nach Könnern. Ganz herzlichen Dank, Isabel Schäfers, nach Könnern. Ja, nach der Völlerei an Weihnachten wollen die meisten ja von uns mit mehr Sport und gesunder Ernährung ins neue Jahr starten. Übrigens auch Hobbykoch Michael Sirk, der Bundespolizist, der hat einen ganz lecker, leichten Salat mit einem warmen Dressing und herzhaften Beilagen kreiert. Köstlich, ich habe jetzt auch Hunger. Das Rezept finden Sie übrigens unter drehscheibe.zdf.de. Und das war es von uns für heute. Ich freue mich auf morgen. Tschüss, ich zähle auf Sie. Köstlich, ich zähle auf Sie.